Herzlich willkommen zu diesem Video, das Ihnen zeigt, wie einfach Sie sich mit Super One eine sorgenfreie Zukunft aufbauen können. Denn das Hauptziel von Super One ist es, eine Million Menschen glücklich zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, verbindet Super One zwei der machtvollsten digitalen Instrumente, die je erfunden wurden. Attraktive Handyspiele und die Kraft des Networking. Und mit einer Million Menschen auf der Plattform wird Super One zu einem weltweit anerkannten und geschätzten Unternehmen und zu einer Goldgrube für alle, die daran beteiligt sind. Die Spiele, die in Kürze auf den Markt kommen, wird es in kostenlosen und kostenpflichtigen Varianten geben. Erstere finanzieren sich über Werbung, letztere über Gebühren. Die kostenlosen Spiele bieten kurzweilige Unterhaltung und kleinere Preise. Bei den kostenpflichtigen Spielen geht es darum, einen der gut gefüllten Jackpots zu knacken. Mehr über die Spiele und die zahlreichen Funktionen zur sozialen Interaktion auf der Plattform erfahren Sie auf der Website von Super One. Zu den Innovationen, die Super One auszeichnen, gehört neben einer ganz neuen Form der Teilhaberschaft auch die Nutzung der Blockchain-Technologie. Dadurch kann jeder und überall auf der Welt mit einer Kryptowallet, also einer elektronischen Geldbörse, einen Teil der Spieleplattform erwerben und sich darauf Gewinne auszahlen lassen. Geld verdient wird bei Super One wie gesagt über Werbung, aber vor allem über die kostenpflichtigen Spiele. Auf der anderen Seite haben Sie Ihr eigenes virtuelles Büro auf der Super One Plattform und natürlich Ihre Wallet, wo Sie Ihre Zahlen sehen. Die Verbindung zwischen beiden bilden die Super One Token. Das sind digitale Aktien, über die die Gewinne direkt in die Wallets sämtlicher Teilhaber ausgezahlt werden. Je mehr dieser Token Sie haben, desto mehr Belohnungen werden Sie kassieren, wenn dann die Spiele starten. Es ist wirklich ein einfaches Geschäftsmodell, bei dem Sie über Ihre Anteile ein passives und dynamisches Einkommen erzielen. Stellt sich nun die Frage, wann denn die Spiele starten. Auch da gibt es eine glasklare Ansage, wenn Token im Wert von 10 Millionen Dollar verkauft sind. Warum? Weil Geld nötig ist, um Super One unübersehbar im Markt zu platzieren und gleich zu Beginn eine Riesenwelle auszulösen. Auch wir als Teilhaber wollen natürlich ein erfolgreiches Unternehmen und deshalb müssen wir jetzt als Investoren dafür sorgen, dass dieses Kapital für den erfolgreichen Start zusammenkommt. Schauen wir uns etwas näher an, was es mit diesen Token auf sich hat. Gekauft werden die Token in sogenannten Spots, also Paketen, die über einen Smart Contract in der Blockchain verankert sind. Die Grafik visualisiert die Blockchain in diesem Gittersystem, in dem die Pakete, also die Spots, unveränderbar platziert werden. Der Smart Contract regelt zum einen den Platz der Spots in diesem System und zum anderen die Anzahl der Token, die pro Spot ausgegeben werden. Wenn Sie also bei Super One starten und einen Spot kaufen, wird dieser sofort und unverrückbar im Gesamtsystem platziert. Auch das ist wichtig zu wissen, dass es hier weder zu Fehlern noch gar zu Betrügereien kommen kann. Hier sitzt niemand im Hintergrund und schieft die Pakete hin und her, sondern alles läuft dank der Blockchain-Technologie komplett automatisch. Jeder Spot kostet 25 Dollar, diese werden in der Kryptowährung Ethereum gekauft und bezahlt. Die Anzahl der Token verringert sich bei jedem verkauften Spot, was zugleich bedeutet, dass der Wert der Token steigt. Der Preis der Token wird über einen speziell von Super One entwickelten Algorithmus ermittelt und hängt von der Anzahl der Spots samt Token ab. Momentan hat ein Token den Wert von knapp 3 Dollar Cent. Bei einer Million verkaufter Spots wird er bereits 14 Dollar Cent wert sein. Und wenn 40 Millionen Spots verkauft sein werden, dann erreicht der Token einen Wert von über 5 Dollar. Spätestens an dieser Stelle hat wohl jeder verstanden, dass es klug ist, sich so früh wie möglich, weil so preiswert wie möglich die Token zu sichern. Um die Spots und damit die Token zu verkaufen, nutzt Super One das Network-Marketing, das in Verbindung mit allen Vorteilen der Blockchain-Technologie ein unschlagbar erfolgreiches Geschäftsmodell ist. Bevor wir erklären, wie das funktioniert und Ihnen finanzielle Freiheit bringt, blicken wir noch einmal kurz in die Vergangenheit. Die erste Version von Super One wurde im Oktober 2018 gestartet und hat zu mehr als 220.000 Transaktionen, also Zahlungen von Belohnungen, geführt. Alle diese Transaktionen sind auf der Etherscan-Seite dokumentiert. Im Juni 2019 ging die Super One Version 2.0 an den Start, in die nicht nur die neuesten technologischen Entwicklungen, sondern auch die Erfahrungen der stetig wachsenden Super One Community eingeflossen sind. Das Ergebnis ist ein rundum verbessertes Produkt, in dessen Mittelpunkt ein für uns Partner äußerst attraktives Verdienstmodell steht. Ein gutes Verdienstmodell zeichnet sich dadurch aus, dass bezahlt wird, dass schnell und auch korrekt bezahlt wird. Alle drei Faktoren sind dank der Blockchain-Technologie bei Super One gegeben und jederzeit überprüfbar. Das Vergütungsmodell besteht aus zwei Elementen. Das sind zum einen die Netzwerkbelohnungen und dann die persönlichen Belohnungen. Die Netzwerkbelohnungen kommen von allen ihren Spots, die im automatisierten Binärsystem platziert sind. Die persönlichen Belohnungen wiederum fließen immer dann, wenn Sie oder Freunde aus Ihrem Netzwerk neue Partner hinzufügen. Alle diese neuen Partner werden automatisch in Ihrem Binärsystem platziert und wenn diese Partner dann einen Spot kaufen, werden Sie dafür belohnt. Hier sehen Sie, wie sich so ein automatisiertes Binärsystem entfaltet. Es beginnt mit Ihrem Spot und geht nach unten, wo Sie bis zu 1000 Dollar verdienen können. Erinnern wir uns, ein Spot kostet 25 Dollar. Sie können also bis zum 40-fachen davon verdienen. Wenn Sie weitere Spots kaufen, entstehen innerhalb Ihres Systems neue Zweige. Das können nicht nur Sie beliebig oft wiederholen, sondern dank der Arbeit auch Ihrer Partner entfaltet sich sehr schnell ein riesiges Netzwerk, welches extrem effizient ist und für Sie eine im Dauerbetrieb arbeitende Geldmaschine werden kann. Wenn Sie andere Network-Modelle kennen, bei denen Sie zum Beispiel nur für Ihr sogenanntes schwaches Bein bezahlt werden, dann können Sie jetzt endlich aufatmen. Denn bei Super One wackeln Sie nicht mehr auf nur einem Bein herum, sondern werden für jeden einzelnen Handschlag bezahlt. Sie beginnen in Ihrem Binärsystem also ganz oben mit dem ersten Spot und dank der eingebauten Automatik dupliziert sich die Anzahl der Spots auf jeder Ebene, sodass wir auf Ebene 10 dann 1024 Spots haben. Im ganzen System summiert sich die Spotzahl auf 2047. Mehr geht nicht und das ist auch gut so, denn ein Verdienen bis ins Unendliche würde das System zerstören und das wollen weder das Unternehmen noch wir als Partner. Was wir aber sehr wohl beeinflussen können, das ist die Geschwindigkeit, mit der wir die bis zu 1000 Dollar verdienen. Dazu müssen wir einfach so schnell wie möglich das Binärsystem füllen. Das kann man Spot für Spot machen oder aber mit der Premium-Version der Spots, den Superblocks. Das ist ein ganzes Bündel oder Cluster an Spots und wenn man die an die Spitze des Binärbaumes setzt, dann sind auch bereits mehrere Ebenen freigeschaltet, auf denen Belohnungen verdient werden. Mit einem normalen Spot verdienen wir bis in die 10. Ebene und an rund 2000 Spots, während wir mit einem Superblock sogar bis in die Ebene 16 und an etwa 250.000 weiteren Spots verdienen können. Wir haben also eine viel größere Reichweite, die sich auch in höheren Belohnungen niederschlägt. Und hier genau ist der Punkt, an dem wir praktisch erleben, wie uns die Kraft des Netzwerkes hilft. Denn wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass es bei einem Superblock auch ganz andere Prozente in den einzelnen Ebenen gibt. Bei einem normalen Spot sind das 2%, aber bei einem Premium-Paket können das bis zu 12% werden, was allein in dieser Einkommenskategorie das Sechsfache ist. Die Premium-Pakete reichen von 100 Dollar bis zu 5000 Dollar für das ultimative Superpaket. Hier in den beiden letzten Zeilen sehen Sie, was Sie mit den einzelnen Paketen verdienen können. Kommen wir zur nächsten Einkommensart, die Sie mit Ihren Token erzielen und die sogar komplett passiv läuft, wenn die Spiele gestartet sind. Wir erinnern uns, die Token sind ihre digitalen Aktien, dank derer sie regelmäßig eine Dividende erhalten. Wie ebenfalls bereits erwähnt, steigt der Wert dieser Token und wird bei etwa einer Million aktiven Spielern einen Wert von 0,5 Dollar und bei 10 Millionen Spielern sogar von 5 Dollar erreichen. Logisch, dass schon jetzt alle Partner ungeduldig auf den Beginn der Spiele und damit die Wertsteigerung der Token warten und natürlich auch fleißig daran arbeiten, dass die 400.000 dafür nötigen Spots so schnell wie möglich verkauft sind. Schauen wir uns jetzt etwas näher an, was die persönlichen Belohnungen sind und wie diese funktionieren. Hier schaffen Sie die zweite wichtige Grundlage für Ihre zukünftige Freiheit und unterscheiden sich damit von vielen anderen Menschen. Und Sie werden auch schnell erkennen, dass Sie ganz und gar keine riesigen Summen investieren müssen, sondern dass 25 Dollar ausreichen, um bei und mit Super One erfolgreich zu werden. Das System, mit dem Super One arbeitet, ist das bekannte Network-Modell. Sie holen Ihre Freunde rein und diese machen dann dasselbe. Wann immer jetzt in Ihrem Netzwerk ein neuer Spot gekauft wird, erhalten Sie eine Belohnung. Und das bis in die zehnte Ebene. Die Prozente pro Ebene variieren und können bis zu 36 Prozent betragen. Und diese werden zusätzlich zu den maximal 30 Prozent gezahlt, die Sie bereits als Netzwerkbelohnung erhalten haben. Super One zahlt also zwischen 40 und 66 Prozent Belohnungen. Und das in einer unbegrenzten 10-Level-Struktur. Wenn Sie jetzt ein wenig den Überblick verloren haben, machen Sie sich bitte keinerlei Sorgen. Die Blockchain-Technologie, über die alles abgewickelt wird, sorgt dafür, dass Sie jeden Cent, der Ihnen zusteht, auch garantiert erhalten. Werfen wir aber trotzdem einen Blick darauf, wie viel wir im Einzelnen verdienen. Das sind auf den ersten beiden Ebenen jeweils 10 Prozent und auf den folgenden acht Ebenen jeweils 2 Prozent. Wem das jetzt zu wenig ist, dem seien zwei Dinge gesagt. Erstens können Sie so viele Leute, wie Sie wollen, in der ersten Ebene platzieren und 10 Prozent Belohnung dafür erhalten. Aber wenn Ihr Netzwerk zu wachsen beginnt, werden Sie sehr schnell feststellen, dass 2 Prozent von sehr vielen Leuten immer mehr ist als 10 Prozent von nur wenigen. Die beste Lösung ist also ein guter Mix aus beidem. Dann profitieren Sie gut auf allen Ebenen und das Netzwerk ist in jedem Fall Ihre Geldmaschine. Um für die Belohnungen auf allen Ebenen berechtigt zu sein, müssen Sie ein monatliches Minimum erreichen, entweder neue Partner einschreiben oder aber selbst neue Spots kaufen. Denn das Super One Geschäftsmodell basiert auf regelmäßigen Einnahmen, zu denen natürlich auch Sie beitragen müssen. Sollte das mal jemand in Ihrem Netzwerk vergessen, dann greift ein Automatismus, den wir dynamische Komprimierung nennen und der bewirkt, dass die inaktiven Spots übersprungen werden und Sie dafür Belohnungen aus der nächstieferen Ebene erhalten. Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was Ihnen Super One alles bietet. Ein tolles Vergütungsmodell, das insgesamt bis zu 66 Prozent Belohnungen ausschüttet. Alles ist fälschungssicher über Smart Contract in der Ethereum-Blockchain verankert und garantiert schnelle und korrekte Auszahlung direkt in Ihre Kryptowallet. Und schließlich digitale Aktien für passives Einkommen. Oder, kurz und knackig auf den Punkt gebracht, no bullshit. Wir hoffen, Sie bald in der Super One Community begrüßen zu können und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und zum Abschluss noch ein ganz heißer Tipp von Andreas Christensen, Gründer und CEO von Super One. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.